Amazon produziert eine neue Herr-der-Ringe-Serie und einige Leute scheißen sich ein, weil es einen schwarzen Elfen gibt. Whoop-di-fucking-doo. Aber wir sollten über die wirklich wichtigen Sachen hier reden. Das hier ist keine Zwergen. Das hier ist eine Zwergen. Okay, Memes beiseite. Die Frage hier ist, haben Zwergenfrauen in Mittelerde Bärte? Und die Antwort ist... Vielleicht? Vielleicht? Tolkien hat sich, was die Zwergenbärte angeht, nie wirklich festgelegt. In einigen Büchern hat er gesagt, dass alle Zwerge inklusive Frauen Bärte haben und in anderen Büchern hat er gesagt, dass nur die Zwergen Männer Bärte haben, aber die Frauen nicht unbedingt. Aber weil sich diese Serie, zumindest vom Stil her, mehr an den Filmen zu orientieren scheint als an den Büchern, würde ich sagen, dass man die Filme als eine Referenz ranziehen kann. Und sowohl in der Original-Trilogie als auch in den Hobbits haben die Zwergenfrauen Bärte. Das heißt, es ist ein bisschen komisch, dass in der neuen Serie die Zwergenfrauen, die wir gesehen haben, keine Bärte haben. Aber der Fairness halber sei dazu gesagt, dass wir erstens bisher nur ein bis zwei Zwergenfrauen gesehen haben. Das Ganze zweitens hunderte bis tausende vor Jahren vor den Filmen spielt. Drittens könnte es einen kulturellen Grund geben, warum sich die Zwerginnen von genau diesem Clan die Bärte rasieren. Und viertens haben wir bisher nur einen einminütigen Trailer. Das heißt, es ist nicht, als ob wir unheimlich viel Production-Stuff hatten, wo wir sagen könnten, Haha, Zwergenbärte waren geplant, aber die bösen Normies haben es uns ruiniert. Ich glaube, diese Produktion hat größere Probleme als die Existenz oder Nicht-Existenz von Bärten bei Zwerginnen. Aber ich kann die Zwerginnenbärte als Sprungbrett nutzen, um etwas zu erklären, was ich in einem vorherigen Video schon mal erwähnt habe. Für die von euch, die das Video nicht gesehen haben, ich habe die Hypothese aufgestellt, dass J.K. Rowling weibliche Charaktere, die unsympathisch sein sollen, dadurch unattraktiv macht, dass sie sehr männlich dargestellt werden. Ein unsympathisches Lithuan-Mädchen ist groß, hat breite Schultern und ein hartes Kinn. Rita Kimkorn, diese Klatschreporterin aus, ich glaube, dem vierten Roman, hat ein breites Kinn und große männliche Hände. Und die Tante, die von Harry aufgeblasen wird, hat ein Schnurrbart. Das heißt, wir haben sowohl bei Tolkien als auch bei Rowling Frauen mit Bärten. Und einige mögen sich jetzt fragen, warum ist dieser Bart okay, aber dieser Bart nicht? Und die Antwort darauf ist Kontext. Im Fall von Rowling ist der Bart bei der Tante einfach nur ein Teil der Charakterbeschreibung, der die Tante weiterhin unsympathisch machen soll. Das habe ich in den letzten beiden Videos genauer erklärt, Rowling ist sehr komisch, was das Ganze angeht. Aber alles in der Charakterbeschreibung der Tante von ihrem Gewicht über ihr Aussehen über den Bart bis hin zu all dem, was sie macht und tut, dienen nur dazu, dass sie dem Leser unsympathisch sein soll, damit ihre Bestrafung am Ende von dem Dursley-Kapitel für die Leser Sinn macht. Während bei Tolkien die bärtigen Zwergin ein legitimer Teil des Worldbuildings sind. Bärte sind ein wichtiger Teil der zwergischen Kultur, also macht es Sinn, dass ein gewisser Fokus darauf gelegt wird, ob wir Frauen Bärte haben oder nicht. Und wenn wir uns von Tolkien wegbewegen, gibt es viele Autoren, die bärtige Zwergenfrauen benutzen, um mit Themen wie Tradition, Repräsentation oder Geschlechtern rumzuspielen. Das heißt, bei Rowling ist ein Bart an einer Frau einfach nur ein Mittel, um sie unattraktiv und unsympathisch zu machen. Während Tolkien und andere Autoren diese Bärte benutzen, um damit entweder die Welt weiter auszubauen oder um damit Ideen aus der echten Welt aufzugreifen und durch die Linse von Fiktion zu analysieren. Ich glaube, wir müssen uns nicht fragen, welche von beiden Methoden besser ist, oder?